Laufen wir? Hmmmm Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber wir sind am laufen Hehehe Okay Ich hab so unendlich scheiß viel Legs Es ist nicht mehr normal Und ich weiß nie wo dran es liegt Äh, dann lass die Zunge nicht so raushängen Ja, äh Es ist dunkel Hier rein Ich will nicht schon wieder sterben Na gut, ich geh in die Ecke und chäm mich Ähm Ich hab null FPS Das versteh einer, wer will Na, vielleicht Vielleicht haben wir auch unsere Zuschauer Ideen Wo dran das liegen könnte Was hier die Frame Einbrüche sind Wenn ich mir so angucke CPU CPU 30% Arbeitsspeicher 49% Festplatte läuft bei 40% Netzwerk Höher Nicht der Redewert Äh, ja Doof Doof, dass wir noch gleich Schafe gefunden haben Dass wir gerade Bett haben Das ist drin Sonst hätten wir ja jetzt eine Runde pennen können Dann wäre wieder Tag Ja, ja Ja, ja Das ist so richtig Problem ist, ich kann mich hier drin überhaupt nicht bewegen Eklig Äh, wie geht's Gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert Bei meinen FPS Naja, ich schmeiß mal mal ganz Inventar in die Kiste dahin Ah, hast du schon eine Kiste gebaut? Ja Und dann geh ich mal nur mit Schwertbeerwaffe da raus Ja, genau Zeig den Leuten mal wie das so ist, wenn man auch die Presse kriegt Ja, ich versuch uns mal hier schon mal so einen kleinen Weg nach unten zu buddeln Dann machen wir jetzt hier, bevor wir uns einen anderen Platz suchen Dann wird das jetzt hier so, ich sag ich mal so eine kleine Jagdhütte Machen wir hier erstmal eine kleine Jagdhütte hin Mit Minenzugang Willkommen Also Gizmo schön ist anders, muss ich schon sagen. Das stimmt, ja. Okay, du bist jetzt gerade rausgegangen, ne? ich war ich nur so zufällig sagen wir mal so ich bin wieder reingekommen da draußen regnet nee mein headset war der meinung ist kaum strom ich wollte ja nicht unbedingt das stromkabel verpassen während ich draußen auf die mütze kriegt das stimmt aber ich habe jetzt auch nichts dann liegt es am server relax bei dir doll im moment geht es auch im wasser herum hängt ich guck mal gerade auf den server also dass er passiert da hat gerade wieder eine toteszenensucht hat sich in die luft gesprengt naja jetzt gehts auch gerade wieder jetzt gehts auch bewegen du bist doch zwischendurch immer mal wieder da draußen ist jede menge los, da wär keine Schafe aber wenn du eh schon am Steineisammel bist, könntest du hier auch mal einen Ofen bauen ja, das ist auch unter anderem mein Plan ich will jetzt aber erstmal rudeln und du, wenn du schon keine Schafe findest, dann guck mal wegen Butter, dass wir da nicht drauf gehen naja gut, drei Schnitzel hätte ich ja schon zum Bagger aber die bringen ja nicht viel richtig ich will ja gar nichts los deswegen wärs immer net verkehrt so ein paar Futterbeutel zu finden ja ja dann musst du mal los gehen ich kann mich sowieso gerade nicht bewegen ja ja sagt der wer im Keller hängt ja 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 Hahahaha So kann ich mal hingehen, klar, was? Ja, 30 FPS will ich auch Und nach 30 FPS 0 FPS Es ist doch eigentlich normal Beim Schönen ist anders Komm her, du blödes Schaf Danke Das war das zweite Schaf Das ist Hm Dann haben wir jetzt 3 Und du hast eine Wolle und 4 Das heißt wir brauchen noch 2 Yep Und du hast eine Wolle und 3 Und du hast eine Wolle und 3 Und du hast eine Wolle und 3 D 통est Ich bin durchdrehen Ich könnte einfach alles rasten hier FWR ist einbrichen. Das ist halt... Das ist echt nicht mehr schön. Aber, naja. Solche Qualen erleide ich. Nur um Videos aufzunehmen. Oder in dem Fall aufnehmen zu lassen. Das ist schon wieder dunkel. Ich vergrößere mal hier, dass es ein kleines bisschen ist. Nee, aber nicht schlecht. Runde über dem Abgrund. Okay. Ähm, ich hab jetzt noch keine Kohle gefunden. Ich glaub, wir sollten dann erstmal Holzkohle machen und sowas, ne? Hm. Ja, Hundi, was los? Geh's net mit. Doch jetzt nicht, Holzkohle, hast du schon mal einen Hund gezähmt? Nö, net wirklich. Ja, gut. So, kann ich da draus? Nein, kann ich nicht. Da ist er. Ach, aber da... So. Da Läuft. Also Ofen haben wir schon mal. Sehr schön. Das ist ein Schucksack. Ja. Jo, Zombie mit dem Schaufel erschlagen, weil das Schwert da rückgegangen ist. Okay. Wie viel voller hast du jetzt? Zwei. Drei? Zwei und einer liegt ja eh bei dir noch in der Kiste dahinter. Ja, ich hab's gesehen. Zwei, okay. Dann gehe ich mal wieder runter in den Keller. Oder mal weiter. Muss man das Futter ins Oven schmeißen. Ich hab nur noch 3,5 Keule. Ja. Äh, jetzt konnte ich mich eben die ganze Zeit bewegen. Kaum gehe ich hier runter, gehe ohne zu mir. Oh, oh, oh. Eisen wäre auch schön zu finden. Hm. Hm. Aber das Schöne ist, dieser Rosengranit hier, das ist... Da kommt dann wieder dieser Pflasterstein raus. Das heißt, da kann man dann im Zweifelsfall normalen Cleanstone rausbasteln. Ja. Also so eine Schnitzel gibt die echt nicht viel, gell? Oh, jetzt haben wir vier gewollt in die Kiste. Ja. Schon mal was. Autsch, 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 Autsch. Hahaha. Haut sich da wieder einer in den Kopf an. Ja. Aber ich glaube, wir sind am Folgenende, ne? Joa, konnte man sagen. Hoffen seit Min conna. 15 Min. Ah, hab ich das gut getappt? Hm. Das ist ein Zeugefehler. Ich hab là actually holl ich wirklich auf die Uhr geguckt, weil das los geht. Jut. Also, hören wir, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüül.